Viertes Kapitel Auch der Promotion Hans Giebenraths sollten einige Kameraden verloren gehen und durch einen sonderbaren Zufall geschah es, dass diese alle der Stube Hellers angehörten. Unter ihren Bewohnern war ein bescheidenes blondes Männlein namens Hindinger, mit Spitznamen Hindu genannt, Sohn eines Schneidermeisters irgendwo in der Allgäuer Diaspora. Er war ein ruhiger Bürger und machte erst nach seinem Weggang ein wenig von sich reden, doch auch da nicht zu viel. Als Pultnachbar des sparsamen Kamerwirtosen Lucius hatte er mit diesem freundlich und bescheidlich ein wenig mehr als mit den anderen Verkehr gehabt, sonst aber keine Freunde besessen. Erst als er fehlte, merkte man in Hellers, dass man ihn gern gehabt hatte, als einen anspruchslosen, guten Nachbarn und als einen Ruhepunkt im oft erregten Leben der Stube. Er schloss sich eines Tages im Januar den Schlittschuhläufern an, die nach dem Roßweiler hinausgezogen waren. Schlittschuhe besaß er nicht, sondern wollte er nur einmal zusehen, doch er fror ihn bald und er stampfte ums Ufer herum, um sich zu erwärmen. Darüber kam er ins Laufen, verlor sich ein Stück weit übers Feld und griet an einen anderen kleinen See, der seiner wärmeren und stärkeren Quellen wegen nur schwach überfohren war. Er trat durchs Schilf hinüber. Dort brach er, so klein und leicht er war, nahe beim Ufer ein, wehrte sich und schrie noch eine kleine Weile und sank dann unbemerkt in die dunkle Kühle hinunter. Erst als um zwei Uhr die erste Nachmittagselektion begann, wurde sein Fehlen bemerkt. Wo ist Hindinger? rief der Repetant. Niemand gab eine Antwort. Sehen Sie in Hellas nach. Aber dort war keine Spur vor ihm. Er wird sich verspätet haben. Lassen Sie uns ohne ihn beginnen. Wir stehen Seite 74, Vers 7. Ich bitte mir aber aus, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Sie haben pünktlich zu sein. Als es drei Uhr schlug und Hindinger noch immer fehlte, bekam der Lehrer Angst und schickte zum Euphorus. Dieser erschien zugleich höchst selber im Leersaal, stellte ein großes Fragen an und schickte dann als dann zehn Schüler unter der Begleitung des Formulus von eines Repetenten auf die Suche. Den Zurückbleibenden wurde eine schriftliche Übung diktiert. Um vier Uhr trat der Repetant, ohne anzuklopfen, in den Hörsaal und erstattete dem Euphorus im Flüstertonbericht. Stille, gebot der Euphorus, und die Schüler saßen regungslos in den Bänken und sahen ihn erwartungsvoll an. Ihr Kamerad Hindinger, fuhr er leise fort, scheint in einem Weiher ertrunken zu sein. Sie müssen nun helfen, ihn zu suchen. Herr Professor Meier wird Sie führen. Sie haben ihm pünktlich und wörtlich zu folgen und keinerlei eigenmächtige Schritte dabei zu tun. Erschrocken und flüsternd brach man auf, den Professor an der Spitze. Vom Städtchen stießen ein paar Männer mit seinen Latten und Stangen zu den eiligen Zuge. Es war bitter kalt und die Sonne stand schon am Rande der Wälder. Und als endlich der kleine steife Körper des Knaben gefunden war und in den verschneiten Binsen auf eine Trage gelegt wurde, war schon tiefe Dämmerung. Die Seminaristen standen wie scheue Vögel angstlich umher, starrten auf die Leiche und rieben sich ihre blauen, steif gefordenen Finger. Und erst als der ertrunkene Kamerad vor ihnen hergetragen ward und sie ihm schweigend über die Schneefelder nachfolgten, wurden plötzlich ihre beklommenen Seelen von einem Schauder berührt und witterten den grimmigen Tod wie Rehe den Feind. In dem kläglichen, frierenden Häuflein schritt Hans Giebenrath zufällig neben seinem gewesenen Freunde Heiner. Beide bemerkten die Nachbarschaft im gleichen Augenblick, da sie über dieselbe Unebenheit des Feldes gestolpert waren. Es mochte sein, dass der Anblick des Todes ihn überwältigt und die Augenblicke von der Nächtigkeit aller Selbstsucht überzeugt hatte. Jedenfalls fühlte Hans, als er unvermutet des Freundesbeiches Gesicht so nahezu erblickte, einen unerklärten tiefen Schmerz und griff in plötzlicher Erregung nach des Hand an Hand. Heiner entzog sie ihm unwillig und blickte beleidigt beiseite, suchte auch sogleich einen anderen Platz und verschwand in die hintersten Reihen des Zuges. Da schlug dem Musterknaben Hans das Herz wie in Weh und Scham und er kam nicht von hindern, dass ihm, während er auf dem gefrogenen Felde stolpern und weitermarschierte, Tränen um Träne über die frostblauen Backen lief. Er begriff, dass es Sünden und Versäumnisse gibt, die man nicht vergessen kann und die keine Reue gut macht, und es kam ihm vor, als diege nicht der kleine Schneiders Sohn, sondern sein Freund Hallen erfordern, auf der erhöhten Bahre und nehmen die Schmerz und Zorn über seine Untreue, weit in eine andere Welt mit sich hinüber, wo man nicht nach Zeugnissen und Examen und Erfolgen rechnet, sondern allein nach der Reinheit oder Befleckung des Gewissens. Inzwischen war man auf die Landstraße gelangt und kam rasch vollends ins Kloster, wo alle Lehrer den Euphorus an der Spitze, den toten Hindinger, empfingen, der im Leben vor dem bloßen Gedanken an eine solche Ehre davongelaufen wäre. Einen toten Schüler blicken die Lehrer stets mit ganz anderen Augen an als an einen Lebenden, werden dann für einen Augenblick vom Wert und von der Unwiederbringlichkeit jedes Lebens und jeder Jugend überzeugt, an denen sie sich sonst so häufig sorglos versündigen. Auch am Abend und am folgenden Abendtage wirkte die Anwesenheit der unscheinbaren Leiche wie ein Zauber, milderte, dämpfte und umflörte alles Tun und Reden, so dass sie für diese kurze Zeit Hader, Zorn, Lärm und Lachen sich verbargen wie Nixen, die für Augenblicke fordern, von der Oberfläche eines Gewässers verschwinden und es regungslos und scheinbar unbelebt liegen lassen. Wenn zwei miteinander vor von dem Ertrunkenen sprachen, so nannten sie stets seinen vollen Namen, denn dem Toten gegenüber kam man ihnen, der Spitzname Hindu, unwürdig vor. Und der stille Hindu, der sonst unbemerkt und unberufen in der Schar verschwunden war, erfüllte nun das ganze große Kloster mit seinem Namen und seinem Gestorbensein. Am zweiten Tage kam der Vater Hindinger an, blieb ein paar Stunden alleine in dem Stüblein, wo sein Knabe lag, wurde dann vom Elphorus zum Tee eingeladen und übernachtete im Hirschen. Dann kam das Begräbnis. Der Sarg stand im Dorment aufgestellt und der Allgäuer Schneider stand dabei und sah ihm zu. Er war eine rechte Schneidersfigur, entsetzlich, mager und spitzig, und trug einen grünisch spielenden schwarzen Bratenrock und enge dürftige Hosen, in der Hand einen veralteten Festhut. Sein kleines, dünnes Gesicht sah bekümmert, traurig und schwächlich aus, wie ein Kreuzerlichtlein im Wind, und er war in einer fortwährenden Verlegenheit und Hochachtung vor dem Elphorus und den Herren Professoren. Im letzten Augenblick, ehe die Träger den Sarg aufmahmen, trat das traurige Männlein noch einmal vor und berührte den Sargdeckel mit einer verlegenen und schüchternen Gebärde der Zärtlichkeit. Dann blieb er hilflos stehen, mit den Tränen kämpfend, und stand mitten in dem großen stillen Raum, wie ein dürres Bäumlein im Winter, so verlassen und hofflungslos und preisgegeben, dass es ein Jammer zu sehen war. Der Pfarrer nahm ihn an der Hand und blieb bei ihm, da setzte er seinen fantastisch geschweiften Zylinder auf und lief als vorderster zum Sarge nach, die Treppe hinunter über den Klosterhof, fürs alte Tor und übers Weiße Land, der niederen Kirchhofmauer entgegen. Während am Grabe die Seminaristen einen Choral sangen, blickten zum Verdruss des dirigierenden Musiklehrers die meisten nicht auf eine taktische Hand, sondern auf die einsame, windige Gestalt des kleinen Schneidermeisters, welcher traurig und verfroren im Schnee stand und mit gesenktem Kopf die Reden des Geistlichen und des Euphorus und des Primus mit anhörte, den singenden Schülern gedankenlos zunickte und zuweilen mit der Linken nach dem im Rockstoß verborgenen Taschentuch angelte, ohne es aber herauszuziehen. Ich habe mir vorstellen müssen, wie das wäre, wenn an seiner Stelle mein eigener Papa sogar dagestanden hätte, sagte Otto Hartner nachher. Da stimmten alle ein. Ja, ganz das Gleiche habe ich auch gedacht. Später kam der Euphorus mit Hindingers Vater auf die Stube Hellers. Ist einer von ihnen mit dem Verstorbenen besonders befreundet gewesen? fragte der Euphorus in die Stube hinein. Zuerst meldete sich niemand und Hindus Vater blickte ängstlich und elend in die jungen Gesichter. Dann kam aber Lucius hervor und Hindinger nahm seine Hand, fiel sie eine kleine Weile fest, wusste aber nichts zu sagen und ging mit einem demütigen Knopfnicken wieder hinaus. Darauf reiste er ab und hatte einen ganz eigenen, langen Tag durchs helle Winterland zu fahren, ehe er heimkam und seiner Frau erzählen konnte, an was für einem Örtlein ihr Karl nun liege. Im Kloster war der Bann bald wieder gebrochen. Die Lehrer schalten wieder, die Türen wurden wieder zugeschlagen und dem verschwundenen Hellen wurden wenig nachgedacht. Einige hatten sich beim langen Stehen an jenem traurigen Weider erkältet und lagen auf der Krankenstube oder liefen mit Filzpantoffeln und verbundenen Hälsen herum. Hans Giebenrath war an Hals und Füßen unbestätigt geblieben, sah aber seit dem Unglückstage ernster und älter aus. Es war irgendetwas in ihm anders geworden. Ein Jüngling aus einem Knaben und seiner Seele war gleichsam in ein anderes Land versetzt, wo sie ängstlich und unheimisch unbeflatterte und noch keine Restplätze hatten. Daran war weder der Todesschrecken noch die Trauer um den guten Hindu schuld, sondern lediglich das plötzlich erwachte Bewusstsein seiner Schuld gegen Hallner. Dieser lag mit zwei anderen auf der Krankenstube, musste heißen, Tee schlucken und hatte Zeit, seinen beim Tode hinwegens empfangene Eindrücke zu ordnen und etwa zum späteren dichterischen Gebrauch nachzurechnen. Doch schien ihm daran wenig gelegen, er sah vielmehr elend und leidend aus und wechselte mit seiner Krankheitsgenossen kaum ein Wort. Die seit seiner Katzerstrafe ihm aufgezwungenen Vereinsamung hatte sein empfindliches und häufiger Mitteilung bedürftiges Gemüt verwundet und bitter gemacht. Die Lehrer beaufsichtigten ihn als einen unzufriedenen und revolutionären Kopf mit Strenge, die Schüler mieden ihn, der Famulus behandelte ihn mit spöttischer Gemütigkeit und seine Freunde Shakespeare, Schiller und Lenau zeigten ihm eine andere, mächtigere und großartigere Welt als die war, die ihn erdrückend und demütigend umgab. Aus seinen Mönchsliedern, welche anfangs nur auf einen einsiedlerisch-schwermütigen Ton gestimmt gewesen waren, wurde allmählich eine Sammlung bitterer und gehässiger Verse auf Kloster, Lehrer und Mitschüler. Er fand in seiner Vereinsamung einen sauren Methyra-Genuss, fühlte sich mit Genugtuung unverstanden und kam sich in seinen schonungslosespektierigen Mönchsversen vor wie ein kleiner Juvenal. Acht Tage nach dem Begräbnis, als die beiden Kameraden genesen waren und Heiner allein nach im Krankenzimmer lag, besuchte ihn Hans. Er grüßte schüchtern, trug einen Stuhl ins Bett, setzte sich, griff nach der Hand des Kranken, der sich unwillig gegen die Hand kehrte und ganz umzugänglich schien. Aber Hans ließ sich nicht abweisen. Er hielt die ergriffene Hand fest und zwang seinen ehemaligen Freund, ihn anzusehen. Dieser verzog ärgerlich die Lippen. Was willst du eigentlich? Hans ließ seine Hand nicht los. Du musst mich anhören, sagte er. Ich bin damals feige gewesen und ließ dich im Stich. Aber du weißt, wie ich bin. Es war mein fester Vorsatz, im Seminarraum anzubleiben und womöglich vollends Erster zu werden. Du hast das Streberei genannt, meinetwegen im Recht. Aber es war nun eben meine Art von Ideal. Ich wusste nichts Besseres. Heiner hatte die Augen geschlossen und Hans fuhr ganz leise fort. Sieh du, es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob du nicht einmal mein Freund sein willst. Aber verzeihen musst du mir. Heiner schwieg und tat die Augen nicht auf. Alles Gute und Freudige in ihm lachte dem Freund entgegen, doch hatte er sich nun an die Rolle des Herben und Einsamen gewöhnt und behielt wenigstens die Maske davon einstweilen vor dem Gesicht. Hans ließ nicht nach. Du musst, Heiner. Ich will lieber Letzter werden, als noch länger so um dich herumzulaufen. Wenn du willst, so sind wir wieder Freunde und zeigen den anderen, dass wir sie nicht brauchen. Da erwiderte Heiner den Druck seiner Hand und schlug die Augen auf. Nach einigen Tagen verließ er auch das Bett und die Krankenstube und es entstand im Kloster keine geringere Aufregung über die neu gebackene Freundschaft. Für die beiden aber kamen nun wunderliche Wochen, ohne eigentliche Erlebnisse, aber voll eines seltsam beglückendes Gefühls, der Zusammengehörigkeit und eines wertlosen, äh, wortlosen, heimlichen Einverständnisses. Es war etwas anderes als früher. Die wochenlange Trennung hatte beide verändert. Hans war zärtlicher, wärmer, schwärmerischer geworden. Heiner hatte ein kraftvolleres, männlicheres Wesen angenommen und beide hatten einander in der letzten Zeit so sehr vermisst, dass ihnen ihre Wiedervereinigung wie ein großes Erlebnis und köstliches Geschenk vorkam. Beide frühreifen Knaben kosteten in ihrer Freundschaft mit ahnungsvoller Scheu etwas von den zarten Geheimnissen einer ersten Liebe unwissend heraus. Dazu hatte ihr Bündnis den herben Reiz der reifenden Männlichkeit und also ebenso herbe würzte das Trotzgefühl gegen die Gesamtheit der Kameraden, denen Heiner, Umliebzahn und Hans unverständlich blieb und deren zahlreiche Freundschaften damals alle noch harmlose Knabenspielereien waren. Je inniger und glücklicher Hans in seiner Freundschaft ging, desto fremder wurde ihm die Schule. Das neue Glücksgefühl ging brausend wie ein junger Wein durch sein Blut und durch seine Gedanken daneben verlor Livius so gut wie Homer seine Wichtigkeit und seinen Glanz. Die Lehrer aber sahen mit Schrecken den bisherigen tadellosen Schüler Gimrath in ein problematisches Wesen verwandelt und dem schlimmen Einfluss des verdächtigen Heiner unterlegen. Vor nichts Grautlehrern so wäre wie vor den seltsamen Erscheinungen, die am Wesen frühentwickelter Knaben an dem oben einen gefährlichen Alter der beginnenden Jünglingsgärung hervortreten. An Hallners war bei ihnen ohnehin vor jeher ein gewisses Geniewesen unheimlich. Zwischen Genie und Lehrerzunft ist eben seit Alters eine tiefe Kluft befestigt. Und was von solchen Leuten sich auf Schulen zeigt, ist den Professoren von vornherein ein Gräuel. Für sie sind Genius jene Schlimmen, die keinen Respekt vor Ehren haben, die mit 14 Jahren zu rauchen beginnen, mit 15 sich verlieren, mit 16 in die Kneipen gehen, welche verbotenen Bücher lesen, welche Aufsätze schreiben, den Lehrer gelegentlich höhnisch fixieren und im Diarium als Aufführer und Karzerkandidaten notiert werden. Ein Schulmeister hat lieber einige Esel als ein Genie in seiner Klasse. Und genau betrachtet hat er ja recht, denn seine Aufgabe ist es nicht, extravagante Geister heranzubringen, sondern gute Lateiner, Rechner und Biedermänner. Wer aber mehr und schweres vom anderen leidet, der Lehrer vom Knaben oder umgekehrt, wer von beiden mehr Tyrann, mehr Quellgeist ist und wer von beiden es ist, der dem anderen Teil seine Seele und seines Lebens verdirbt und schändet, das kann man nicht untersuchen, ohne mit Zorn und Scham an die eigene Jugend zu denken. Doch ist das nicht unsere Sache und wir haben den Trost, dass bei den wirklich Genialen fast immer die Wunden vernarben und dass aus ihnen Leute wurden, die der Schule zu trotz ihre guten Werke schaffen und welche später, wenn sie tot und vom anangenehmen Nimbus der Ferne umflossen sind, anderen Generationen von ihren Schulmeistern als Prachtstücke und edle Beispiele vorgeführt werden. Und so wiederholt sich von Schule zu Schule das Schauspiel des Kampfes zwischen Gesetz und Geist und immer wieder sehen wir Staat und Schule atemlos bemüht, die alljährlich auftauchenden, paar tieferen und wertvolleren Geister an der Wurzel zu knicken. Und immer wieder sind es vor allem die von den Schulmeistern Gehassten, die oft Bestraften, Entlaufenen, Davongejagten, die nachher den Schatz und Riss Volkes bereichern. Manche aber, und wer weiß wie viele, verzehren sich im stillen Trotz und gehen unter. Nach guten, alten Schulgrundsatz wurde auch gegen die beiden jungen Seltsamen, sobald man Untat rettete, nicht Liebe, sondern die Härte verdoppelt. Nur der Ephorus, der auf Hans als fleißiger Hebräer stolz war, machte einen ungeschickten Rettungsversuch. Er ließ ihn auf sein Amtszimmer rufen, die schöne malerische Äckerstube der alten Abzwodung wurde, wo der Sage nach, der im alten Knittlinghaugen himmlische Doktor Faust manche Becher Eilfinger genossen hat. Der Ephorus war kein unebener Mann, es fehlte ihm nicht an Einsicht und praktischer Klugheit. Er hatte sogar ein gewisses gutmütiges Wohlvollen gegen seine Zöglinge, die er mit Vorliebe dutzte. Sein Hauptfehler war eine starke Eitelkeit, die ihn auf dem Katheder oft zu parallischer Kunststückchen verleite und welche ihn nicht dulden ließ. Seine Macht und Autorität nur im geringsten bezweifelt zu sehen. Er konnte keinen Einwurf vertragen, keinen Irrtum eingestehen. So kamen willenlose oder auch unredliche Schüler prächtig mit ihm aus, aber gerade die Kräftigen und Ehrlichen hatten es schwer, da schon ein oder anderer nur ungedeuteter Widerspruch ihn reizte. Die Rolle des väterlichen Freundes mit aufmunterndem Blick und gerührtem Ton beherrschte er als Vitus und er spielte sie auch jetzt. Nehmen Sie Platz, geben Rat, sprach er freundlich, nachdem er dem schüchtern eingetretenen Jungen kräftig die Hand gerüttelt hat. Ich möchte ein wenig mit ihnen reden, aber darf ich du sagen? Bitte, Herr Aphoros. Du wirst wohl selber gefühlt haben, lieber Gebenrat, dass deine Leistungen in letzter Zeit etwas nachgelassen haben, wenigstens im Hebräischen. Du warst bisher vielleicht unser bester Hebräer, darum tut es mir leid, eine plötzliche Abnahme zu bemerken. Vielleicht hast du am Hebräischen keine rechte Freude mehr? Oh doch, Herr Aphoros. Überleg's dir gut nur. So etwas kommt vor. Du hast dich vielleicht einem anderen Fach besonders zugewendet? Nein, Herr Aphoros. Wirklich nicht? Ja, dann müssen wir nach anderen Ursachen suchen. Kannst du mir auf die Spur helfen? Äh, ich weiß nicht. Ich habe meine Aufgaben immer gemacht. Gewiss, mein Lieber. Gewiss. Aber Differendum est inter et inter inter Deine Aufgaben hast du natürlich gemacht. Das war ja wohl auch deine Pflicht. Aber du hast früher mehr geleistet. Du warst vielleicht fleißiger. Du warst jedenfalls mit mehr Interesse dabei der Sache. Ich frage mich nun, woher dies plötzliche Nachlassen deines Eifers kommt. Du bist doch nicht krank. Nein. Oder hast du Kopfweh? Du siehst freilich nicht übermäßig blühend aus. Ja, Kopfweh habe ich manchmal. Ist dir die tägliche Arbeit zu viel? Oh nein, gar nicht. Oder treibst du viel Privatlektüre? Sei nur ehrlich. Nein, ich lese fast nichts, Herr Euphorus. Dann begreife ich das nicht. Recht, lieber junger Freund. Irgendwo muss es doch fehlen. Willst du mir versprechen, dir ordentliche Mühe zu geben? Hans legte seine Hand in die ausgestreckte Rechte des Gewaltigen, der ihm mit seiner ernsten Milde anblickte. So ist's gut. So ist's recht, mein Lieber. Nur nicht matt werden, sonst kommt man unters Rad. Er drückte Hans die Hand und dieser ging aufatmend zur Türe. Da wurde er zurückgerufen. Noch etwas geben, Rat. Du hast viel Verkehr mit Halna, nicht wahr? Ja, ziemlich viel. Mehr als mit anderen, glaube ich. Oder nicht? Doch, ja, er ist mein Freund. Wie kam denn das? Ihr seid doch eigentlich recht verschiedene Naturen. Ich weiß nicht, er ist nun eben mein Freund. Du weißt, dass ich deinen Freund nicht besonders liebe. Er ist ein unzufriedener, unruhiger Geist. Begabt mag er sein, aber er leistet nichts und übt keinen guten Einfluss auf dich. Ich würde es sehr gerne sehen, wenn du dich im Meer fernhalten würdest. Nun? Das kann ich nicht, Herr Euphorus. Du kannst nicht? Ja, warum denn? Weil er doch mein Freund ist. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Hm. Aber du könntest euch doch etwas mehr an andere einschließen. Du bist ja der Einzige, der sich den schlechten Einfluss dieses Halna so hingibt und die Folgen sehen wir ja schon. Was fesselt dich denn gerade an ihm besonders? Ich weiß selber nicht, aber wir haben einander gern und es wäre feig von mir, ihn zu verlassen. So, so. Na, ich zwinge dich nicht. Aber ich hoffe, du kommst allmählich von ihm los. Es wäre mir lieb. Es wäre mir sehr lieb. Die letzten Worte hatten nichts mehr von der vollrigen Milde. Hans konnte nun gehen. Eine ganz kurze Pause. Und weiter geht's. Von da an plagte er sich aufs Neue mit der Arbeit. Es war allerdings nicht mehr das frühere Flotte vorwärtskommen, sondern mehr ein mühseliges Mitlaufen, um wenigstens nicht zu weit zurückzubleiben. Auch er wusste, dass das zum Teil von seiner Freundschaft herrührte, doch sei er in dieser nicht einen Verlust und ein Hemmnis vielmehr einen Schatz, der alles versäumt aufwog, ein erhöhtes wärmeres Leben, mit dem das frühere nüchterne Pflichtdasein sich nicht verglichen ließ. Es ging ihm wie jungen Vorliebten, äh, es ging ihm wie jungen Verliebten. Er fühlte sich großer Heldentaten fähig, nicht aber der täglichen langweiligen und kleinlichen Arbeit. Und so spannte er sich immer wieder mit verzweifelten Seufzern im Joch. Es zu machen wie Heiner, der oben hin arbeitete und das Nötigste sich rasch und fast gewaltsam Hass sich aneignete, verstand er nicht. Da sein Freund ihn ziemlich jeden Abend in den Masterstunden in Anspruch nahm, zwang er sich morgens eine Stunde früher aufzustehen und rang namentlich mit der hebräischen Grammatik wie mit einem Feinde. Freude hatte er eigentlich nur noch am Homer und an der Geschichtsstunde. Mit dunkeltastendem Gefühl näherte er sich dem Verständnis der homerischen Welt und in der Geschichte hörte allmählich die Helden auf, Namen und Zahlen zu sein und blickte aus nahen, glühenden Augen und hatte lebendige rote Lippen und jeder sein Gesicht und seine Hände, eine rote, dicke, rohe Hand, eine stille, kühle, steinerne und ein anderer schmale, heiße, feingeäderte. Auch beim Lesen der Evangelien im griechischen Texte fand er sich zuweilen von der Deutlichkeit und Nähe des Gestaltenden überrascht, ja überwältigt. Namentlich einmal beim sechsten Kapitel des Markus, wo Jesus mit dem Jüngern das Schiff verlässt und es heißt Irgendwas auf Griechisch kann ich nicht lesen, sie erkannten ihn sogleich und liefern herzu. Da sah auch er den Menschensohn das Schiff verlassen und erkannte ihn sogleich, weder an Gestalt noch Gesichter, sondern an der großen, glanzvollen Tiefe seiner Liebesaugen und an seiner leise wirkenden oder vielmehr einladenden, willkommen heißenden Gebärde seiner schlanken, schönen, bräunlichen Hand, die davon einer feigen und doch starken Sehende geformt geworden schien. Der Rand eines erregten Gewässers und der Schnabel einer schweren Barke tauchte für einen Augenblick mit auf, dann war das ganze Bild wie ein rauchnah Atemzug im Winter vergangen. Je und je kam etwas derartiges wieder, dass aus den Büchern heraus irgendeine Gestalt oder ein Stück Geschichte gleichsam gierig hervorbrach, sich sehnend noch einmal zu leben und seinen Blick in eine lebendigen Lauge zu spiegeln. Hans nahm es hin, wunderte sich darüber und fühlte bei diesem raschen, stets schon wieder auf der Flucht begriffenen Erscheinungen sich tief und seltsam verwandelt, als habe er die schwarze Erde wie ein Glas durchblickt oder als habe Gott ihn angeschaut. Diese köstlichen Augenblicke kamen umgerufen und verschwanden unbeklagt als Bilder und freundliche Gäste, die man nicht anzureden und zum Bleiben zu nötigen wagt, weil sie um sich her etwas Fremdes und Glöttliches haben. Er behielt diese Erlebnisse für sich und sagte auch Heiner nichts davon. Bei diesem hatte sich die frühere Schwermut in einen unruhigen scharfen Geist verwandelt, der im Kloster an Lehrern und Kameraden, am Wetter, am Menschenleben und an der Existenz Gottes Kritik übte, gelegentlich auch zu Streitlust und plötzlichen dummen Streichen führte. Da er doch einmal abgesondert und in einem Gegensatz zu den übrigen stand, durch den unüberlegten Stolz, diesen Gegensatz vollends zu einer trotzigen und feindsehnlichen Verhältnis zuzuspitzen, in welchen Gieben rapt, ohne es hindern zu wollen, mit hineingeriet, sodass die beiden Freunde als eine auffallende und mit Missgunst betrachtete Insel von der Menge abgetrennt waren. Hans fühlte sich hierbei nach und nach weniger unwohl, wenn nur der Euphoros nicht gewesen wäre, vor dem er eine dunkle Angst empfand. Früher sein Lieblingsschüler wurde er jetzt von ihm kühl behandelt und mit deutlicher Absicht vernachlässigt. Und gerade am Hebräischen, dem Spezialfach des Euphoros, hatte er allmählich alle Lust verloren. Es war plötzlich zu sehen, wie schon in ein paar Monaten die 40 Seminaristen an Leib und Seele sich veränderten hatten. Wenige Stillstände ausgenommen. Viele waren mächtig in die Länge geschossen, sehr auf Unkosten der Breite und streckten an Arm und beiden hoffnungsvoll die Knöchel aus den nicht mit wachsenden Kleidern. Die Gesichter wiesen alle Schattierungen zwischen absterbender Kindlichkeit und einer zaghaft sich zu Brüsten beginnende Mannheit auf und wessen Körper noch von den eckigen Formen der Entschlossenheit frei war, dem hatte das Studium der Bücher Moses wenigstens einen provisorischen Mannesernst auf die glatte Stirn verliehen. Hausbacken waren geradezu Raritäten geworden. Auch Hans hatte sich verändert. An Größe und Magerkeit kam er heilender nun gleich. Ja, er sah jetzt fast älter als jene aus. Die früher zart durchscheinenden Kanten der Stirn hatten sich herausgearbeitet und die Augen lagen tiefer. Das Gesicht war schon ungesunder Farbe, Glieder und Schultern waren knochig und hager. Je weniger er mit seinen Leistungen in der Schule selber zufrieden war, desto herber schloss er sich unter Hallners Einfluss von den Kameraden ab. Da er keinen Grund mehr hatte, als Musterschüler und künftiger Primus auf sie herabzuschauen, kleidete er ihnen der Hochmut herzlich schlecht. Aber dass man ihnen das merken ließ und dass er sehr selber schmerzlich in sich spürte, verziehe er ihnen nicht. Namentlich mit dem tadellosen Hartner und jenem verlaubten Otter Wenger gab es mehrmals Händel. Als der Letzteren ihn eines Tages wieder höhnte und ärgerte, vergaß sich Hans und antwortete mit einem Faustschlag. Es gab ein böses Hauen. Wenger war ein Feigling, aber mit dem schwächlichen Gegner war es leicht fertig zu werden und er schlug rücklos zu. Keiner war nicht zugegen, die anderen schauten müßig zu und gönnten Hans die Züchtigung. Er wurde regelrecht durchgebläut, blutete aus der Nase und alle Rippen taten ihm weh. Die ganze Nacht hielten Scham, Schmerz und Zorn ihn wach. Seinem Freunde verschwieg er das Erlebnis, floss sich aber von jetzt an streng ab und wechselte kaum mehr ein Wort mit dem Stubenkameraden. Gegen das und langen Dämmerungen zeigten sich neue Bildungen und Bewegungen im Klosterleben. Die Stube Akropolis, zu deren Bewohnern ein guter Klavierspieler und zwei Flötenbläser gehörten, gründete zwei regelmäßige Musikabende. Auf der Stube Germania eröffnete man einen dramatischen Lesenverein und einige junge Pietistinnen etablierten einen Bibelkranz, der allabendlich ein Bibelkapitel samt den Zum Leseverein der Stube Germania meldete sich Hallner als Mitglied und wurde nicht angenommen. Er kochte verwut. Zur Rache ging er nun in den Bibelkranz. Man wollte ihn auch dort nicht haben, doch drängte er sich auf und brachte ihn in die frommen Gespräche der bescheidenen kleinen Bürgerschaft Zank und Hader durch seine kühnen Reden und gottlosen Anspielungen. Bald wurde auch dieses Spaßes müde, behielt aber einen ironisch-biblischen Ton im Reden noch länger bei. Indessen wurde er diesmal kaum beachtet, da die Promotion jetzt völlig von einem Geist des Unternehmens und Gründens besessen war. Am meisten machte ein begabter und witziger Spartaner von sich reden. Ihm war es nichts dem persönlichen Ruhm lediglich darum zu tun, etwas Leben in die Bude zu bringen und sich durch allerlei witzige Allotria eine öftere Erholung von dem einförmigen Arbeitsleben zu verschaffen. Er hieß mit Spitznamen Dunstern und fand einen originellen Weg Sensation zu machen und sich zu einem gewissen Ruhm empor zu schwingen. Eines Morgens als die Schüler aus dem Schläfseelen kamen fanden sie an der Waschsaaltüre ein Papier geklebt auf welchen unter dem Titel Sechs Epigramme aus Sparta Eine ausgewählte Zahl von auffallenden Kameraden ihre Nachhaltens Streiche Freundschaften in die Strichen witzig verhöhnt waren Auch das Paar Giebenrat und Heiner hatte seinen Hieb bekommen Eine ungeheure Aufregung entstand in dem kleinen Staatswesen Man drängte sich vor jener Tür wie am Eingang eines Theaters und die ganze Schar Sorte stieß säuselte durcheinander wie ein Bienenvolk dessen Königen sich zum Fluge angeschickt Am folgenden Morgen war die ganze Türe mit Epigrammen und Zähnen gespickt mit Erwiderungen Zustimmungen neuen Angriffen ohne dass jeder Urheber des Skandals so unklug gewesen wäre sich wieder daran zu beteiligen Seinen Zweck den Zunder in die Scheuer zu werfen hatte er erreicht und rieb sich die Hände Fast alle Schüler beteiligten sich nun einige Tage lang am Zähnen Kampf Nachdenklich schritt jeder umher auf einen dicht durch Stohlen bedacht und vielleicht war Lucius der Einzige der unbekümmert wie sonst seiner Arbeit nachging Am Ende nahm ein Lehrer davon Notiz und verbot die Fortsetzung des aufregenden Spiels Der schlaue Dunstern ruhte nicht auf seinem Lorbeeren aus sondern hatte inzwischen seinen Hauptschlag vorbereitet Er gab nun die erste Nummer einer Zeitung heraus die in winzigen Format auf Konzeptpapier hektografiert war und zu der er seit Wochen Stoff gesammelt hatte Sie führte den Titel Stachelschwein und war vorwiegend ein Witzblatt Ein drolliges Gespräch zwischen dem Verfasser des Buches Joshua und einem Maulbronner Seminaristen war das Glanzstück der ersten Nummer Der Erfolg war durchschlagend und Dunstern der nun Miene und Benehmen eines stark beschäftigten Redakteurs und Verlegers annahm genoss im Kloster ungefähr denselben heiklen Ruf wie seinerzeit der famose Arethina in der Republik Venedig Es regte allgemeines Erstaunen als Hermann Heilner sich mit Leidenschaft einer Redaktion beteiligte und nun mit Dunstern zusammen und ein scharfes satirisches Zensurat ausübte wozu es ihm weder an Witz noch an Geist gebrach Etwa vier Wochen lang hielt die kleine Zeitung das ganze Kloster in Atem Gieben Rat ließ seinen Freund gewähren er selber hatte weder die Lust noch die Gabe mit zu machen Er merkte es anfangs sogar kaum dass Heilner neuerdings so häufig seine Abende in Sparta zubrachte denn seit kurzem beschäftigte passierte ihm in der Livius Stunde etwas seltsames der Professor rief ihn zum übersetzen auf er blieb sitzen was soll das heißen warum stehen sie nicht auf rief der Professor ärgerlich Hans rührte sich nicht er saß aufrecht in der Bank hatte den Kopf ein wenig gesenkt und die Augen halb geschlossen der Aufruf hatte ihn aus seinem Träumen halb erweckt doch hörte er die Stimme des Lehrers nur wie aus einer großen Entfernung er spürte auch dass sein Banknachter ihn heftig anstieß es ging ihm nichts an er war von anderen Menschen umgeben andere Hände berührten ihn und andere Stimmen redeten zu ihm nahe leise tiefe Stimmen welche keine Worte sprachen sondern nur tief und mild wie Brunnenstöne rauschten und viele Augen sahen ihn an fremde ahnungsvolle große glanzvolle Augen vielleicht die Augen einer römischen Volksmenge von welcher er eben noch in Livius gelesen hatte vielleicht die Augen unbekannter Menschen von denen er geträumt oder die er irgendeinmal auf Bildern gesehen hatte geben Rat schrie der Professor schlafen sie denn der Schüler schlug langsam die Augen auf heftete sie erstaunt auf dem Lehrer und schüttelte den Kopf sie haben geschlafen oder können sie mir sagen aus welchem Satz wir stehen nun Hans deutete mit dem Finger ins Buch er wusste gut wo man stand wollen sie jetzt vielleicht auch aufstehen fragte der Professor Hönisch und Hans stand auf was treiben sie denn sehen sie mich an er sah den Professor an diesem gefiel der Blick aber nicht und er schüttelte verwundert den Kopf sind sie unwohl geben Rat nein Herr Professor setzen sich wieder und kommen sie nach Schluss der Lektion auf mein Zimmer Hans setzte sich und bückte sich über sein Livius er war ganz wach und verstand alles zugleich folgte aber ein inneres Auge den vielen fremden Gestalten die sich langsam in großen Weiten entfernt und immer ihre glänzenden Augen auf ihn gerichtet hielten bis sie ganz in der Weile einen weiten Nebel versanken zugleich kamen die Stimme des Lehrers und die Übersetzung des Schülers und alles kleine Gespräche des Lehrseils immer näher und war schließlich wieder so wirklich und gegenwärtig wie sonst Bänke Katheter und Tafel standen da wie immer an der Wand ging der große hölzerne Zirkel und der Reißwinkel ringsum saßen alle Kameraden und viele von ihnen schielten neugierig und frech zu ihm herüber da erschrak Hans heftig kommen sie nach Schluss der Lektion auf mein Zimmer hatte er sagen hören Herrgott was war denn passiert am Ende der Stunde winkte ihn der Professor zu sich und nahm ihn mit durch die glotzenden Kameraden hindurch nun sagen sie was denn eigentlich mit ihnen war schlafen haben sie also nicht nein warum sind sie nicht aufgestanden als ich sie anrief ich weiß nicht oder haben sie mich nicht gehört sind sie schwerhörig nein ich habe sie gehört und sie sind nicht aufgestanden sie hatten nachher noch so sonderbare Augen und was dachten sie denn an nichts ich wollte schon aufstehen warum taten sie es nicht waren sie also doch unwohl glaube nicht ich weiß nicht was es war hatten sie Kopfweh nein es ist gut gehen sie vor Tisch wurde er wieder abgerufen und in den Schlafseil gebracht dort wartete er vor es mit dem Oberamtsarzt auf ihn er wurde untersucht und ausgefragt doch kam nichts klares zum vorschein der arzt lachte gutmütig und nahm die sache leicht das sind kleine nerven geschichten her ich vor es kicherte er sanft ein vorübergehender zustand von schwäche eine art leichter schwindel man muss sehen dass der junge man täglich an die luft kommt bis kopfweh kann ich ihm ein paar tropfen verschreiben von da an musste hans täglich nach tisch eine stunde ins freie er hatte nichts dagegen schlimmer war es dass der euphorus im heilnass begleitung auf diesem spaziergang ausdrücklich verbot dieser wütete und schimpfte musste jedoch nachgeben so ging hans stets allein und fand eine gewisse freude daran es war frühlingsbeginn über die runden schön gewölbten hügel lief wie dünne lichte welle des keimenden grün die bäume legten ihre wintergestalt das braune wetzwerk mit den scharfen umrissen ab und verloren sich mit jungen wetterspiel ineinander in die farben der landschaft als eine unbegrenzte fließende woge im lebendigen grün früher in den latein schuljahren hatte hans den frühling anders als diesmal betrachtet lebhafter und neugieriger und mehr im einzelnen er hatte die zurückgehenden vögel beobachtet eine gattung um die andere und die reihenfolge der baum blühte und dann sobald es mai war hatte er zu angeln begonnen jetzt gab er sich keine mühe die vogelarten zu unterscheiden oder die sträuche an die überall gesprossenen farben atmete den geruch des jungen glaubens spürte die weichere und geherene luft und ging verwundert durch die felder er ermüdete bald hatte immer eine neigung zu liegen und ein zu schlafen und sah fast fortwährend allerlei anderer dinge als die ihn wirklich umgaben was es eigentlich für dinge waren wusste er selbst nicht und es besahen sich nicht darüber artiger bäume umstanden ohne dass er was in ihnen geschah keine bilder nur zum anschauen aber das anschauen derselben war doch ein anderes erleben es war ein weggenommen sein in eine andere gegenden und zu anderen menschen es war ein wandeln auf fremder erde auf einem weichen angenehm zu betreten im boden und es war ein atmen fremder luft einer luft voll leichtigkeit und feiner träumerischer gewürze anstelle dieser bilder kam zuweilen auch ein gefühl dunkel warm und erregend als glitte ihm eine leichte hand mit weicher berührung über den körper beim lesen und arbeiten hatte hans große mühe aufmerksam zu sein was ihn nicht interessierte glitt ihm schattenhaft unter den händen weg und die hebräischen vokabeln musste er wenn er sie in der lektion noch kamen jene momente körperhafte anschauung dass er beim lesen alles geschilderte plötzlich dastehen leben und sich bewegen sah viel leibhaftiger und wirklicher als die nächste umgebung und während er mit verzweiflung bemerkte dass sein gedächtnis nichts mehr benehmen wollte und fast täglich lahmer und unsicherer wurde überfielen ihn zuweilen ältere erinnerungen mit seiner unheimlichen deutlichkeit die ihm ununderlich und beängstigend erschien mitten in der lektion aber oder bei einer lektüre fiel ihm noch mal sein vater oder die alte anna oder seiner früheren lehrerin oder lehrmitschüler ein stand sichtbar und vor ihm vernahmen für eine weile seine ganze aufmerksamkeit gefangen auch zählen aus dem stuttgarter aufenthalt aus dem landesexamen und aus den ferien erlebte er wieder und wieder oder er sah sich mit der angelrute am sonnigen wassers und zugleich kam es ihm vor als liege die zeit von der er träumte um ganze lange jahre zurück an einem laulich feuchten finsteren abend schlenderte er mit heilner im dorment hin und her und erzählte von daheim vom papa vom angeln und von der schule sein freund war auffallend still er ließ ihn reden nickte hier und da und tat mit seinem einmählich verstummte auch hans es war nacht geworden und sie setzten sich auf den sims eines fensters du hans fing heilner schließlich an seine stimme war unsicher und aufgeregt was ach nichts nein red nur ich dachte bloß weil du so allerlei erzählt hast was denn sag hans bist du eigentlich nie einem Mädchen nachgelaufen es entstand eine stille davon hatten sie noch nie gesprochen hans fürchtete sich davor und doch zog dieses rätselhafte gebiet wie in einen märchengarten an er fühlte wie er rot wurde und seine finger zitterten nur einmal sagte er flüsternd ich war noch ein dummer bub wieder stille und du heiler heiler seufste ach klasse weißt du man sollte gar nicht davon reden es hatte keinen wert doch doch ich habe einen schatz du bist zwar daheim vom nachbar und diesen winter habe ich ihr einen kuss gegeben einen kuss ja weißt du es war schon dunkel abends auf dem eis und ich durfte ihr helfen die schlittschuhe auszuziehen da habe ich ihr einen kuss gegeben hat sie nichts gesagt gesagt nicht sie ist bloß fortgelaufen und dann und dann nichts er seufzte wieder und Hans sah ihn an wie einen helden der aus verbotenen gärten kommt da läutete die glocke man musste zu bett gehen doch lag Hans als die laterne gelöscht und alles still geworden war noch länger als eine stunde wach und dachte an den kuss den heimler seinen schatz gegeben hatte am anderen tag wollte er weiter fragen schämte sich aber und der andere da Hans ihn nicht fragte scheute sich von selber wieder davon anzufangen in der Schule ging es Hans immer schlechter die Lehrer fingen an böse Gesichter zu schneiden und Ephoros war finster und ärgerlich und auch die Mitschüler hatten längst bemerkt dass Gebenrat von seiner Höhe herabsank und aufgehört hatte auf den Primus zu zielen nur Hallner merkte nichts da ihm selber die Schule nicht besonders wichtig war und Hans selber sah alles geschehen und sich verändern ohne darauf zu achten Hallner hatte unterdessen das Zeitungsredigieren satt bekommen und kehrte ganz zu seinem Freunde zurück dem Verbote zum Trotz begleitete er Hans mehrmals auf einen täglichen Spaziergang lag mit ihm in der Sonne und träumte las Gedichte vor oder machte Witze über den Ephoros Hans hoffte von Tag zu Tag er würde mit dem Enthüllen seiner Liebesabenteuer fortfahren doch brachte er es je länger er weniger über sich danach zu fragen bei den Kameraden waren sie beide so unbeliebt wie je denn Heiner hatte durch seine boshaften Witze im Stachelschwein niemandem Vertrauen erworben die Zeitung ging um diese Zeit ohnehin ein sie hatte sich überlebt und war auch nur auf der langweiligen Wochen zwischen Winter und Frühjahr berechnet gewesen jetzt bot die beginnende schöne Jahreszeit Unterhalt und genug durch Botanisieren Spaziergänge und Spiele im Freien jeden Mittag erfüllten Turnier äh erfüllten Turner Ringkämpfer Wettläufer und Ballschläger den Kloserhof mit Geschrei und Leben dazu kam nun eine neue große Segnation deren Urheber und Mittelpunkt wieder der allgemeine Stein des Anstoßens Hermann Heilner war Der Euphorus hatte erfahren dass Heilner sich über sein Verbot lustig mache und fast alle Tage den spazierengehenden Giebenrat begleite Isma ließ er Hans in Ruhe und zitierte nur den Hauptsünder seinen alten Feind auf sein Amtszimmer Er tutzte ihn was Heilner sich sogleich verbat Er hielt ihm seinen Ungehorsam vor Heilner erklärte er sei Giebenrats Freund und niemand habe das Recht ihnen den Verkehr miteinander zu verbieten Er setzte eine böse Szene deren Resultat war dass Heilner ein paar Stunden Arrest erhielt samt den strengen Verbot in nächster Zeit mit Giebenrat zusammen auszugehen Am nächsten Tage machte er also Hans seinen offiziellen Spaziergang wieder allein Er kam um zwei Uhr zurück und fand sich mit den anderen im Lehrseil ein Beim Beginn der Lektion stellte sich heraus das Heilner Fete Es war alles genauso wie damals beim Verschwinden von Hindu nur dachte diesmal niemand an einen Verspäten Um drei Uhr ging die ganze Promotion samt drei Lehrern auf die den Wald und manche auch zwei von den Lehrern hielten es nicht für möglich dass er sich ein Leid angetan hatte Um fünf Uhr wurde an alle Polizeistellen dagegen telegrafiert und abends einen Eilbrief an Hallners Vater abgeschickt Am späten Abend hatte man noch keinerlei Spur gefunden und bis in die Nacht hinein wurde in allen Schlafseelen geflüstert und gewispert Unter den Schülern fand die Annahme er sei ins Wasser gesprungen den meisten glauben andere meinten er einfach nach hause gereist aber man hatte festgestellt dass der Durchgänger kein Geld bei sich haben konnte Hans wurde angesehen als müsse er um die Sache wissen dem war aber nicht so dem er war der erschrockenste und bekümmertste von allen und nachts im Schlafseil als er die anderen Fragen vermuten Faseln und Witzen hörte verkroch er sich tief in seine Decke und lag lange böse Stunden in Leid und Angst um seinen Freund ein Vorgefühl dass dieser nicht wiederkommen würde ergriff sein banges Herz und erfüllte ihn mit einem furchtsamen Wehgefühl bis er matt und bekümmert einschlief um dieselben Stunden lag Heiner ein paar Meilen entfernt in einem Gehholz Er froh und konnte nicht einschlafen doch atmete er in einem tiefen Freiheitsgefühl mächtig auf und streckte die Glieder als wäre er aus einem engen Käfig entronnen Er war sein Mittag entlaufen hatte in Knittlingen Brot gekauft und nahm nun zuweilen ein Bissen davon während er durch das noch frühlingshaft lichtige zweige nachtschwärze Stern und schnellst schnellst egelnde Wolken geschaute Wo Henna schließlich käme war ihm allerlei Wenigstens war er nun dem verhassten Kloster ein Sprung und hatte dem Ephorus gezeigt dass sein Wille stärker war als Befehle und Verbote Den ganzen folgenden Tag suchte man ihn vergeblich Er brachte die zweite Nacht in der Nähe eines Dorfes zwischen Strohbündeln auf und Felde zu Morgens schlug er sich wieder Er empfing ihn mit freundlichem Spott und brachte ihn aufs Rathaus wo er durch Witz und Schmeichelei das Herz des Schulzen gewann der ihn zum Übernachten mit nach Hause nahm und vor dem Bett gehen reichlich mit Schinken und Eiern fütterte Anderen Tages holte ihn sein inzwischen herzugereister Vater ab Die Aufregung im Kloster war groß als der Ausreise eingebracht wurde Er trug aber den Kopf hoch und schien seine kleine Genie Reise gar nicht zu bereuen Man verlangte er solle Abbitte tun Doch weigerte er sich und trat dem Ferngericht des Lehrerkonvents durchaus nicht zaghaft oder ehrebirtig gegenüber Man hatte ihn halten wollen Nun war aber das Maß voll Er wurde in Schanden entlassen und reiste abends mit seinem Vater auf Nicht Wiederkommen ab Von seinem Freund Gieben Rat hatte er nur durch einen Händedruck Abschied nehmen können Schön und schwungvoll war die große Rede die der Herr Ephorus auf diesem außerordentlichen Fall von Widersetzlichkeit und Entartung hielt Viel zahmer sachlicher und schwächlicher lautete sein Bericht an die Oberbehörde nach Stuttgart Den Seminaristen wurde der Brief Wechsel mit dem abgegangenen Ungeheuer verboten wozu Hans Gieben Rat freilich nur lächelte Wochenlang wurde von nichts so viel geredet wie von Heiner und seiner Erflucht Die Entfernung und die entschwindende Zeit veränderten das allgemeine Urteil und manche sahen dem seinerzeit ängstlich gemiedenen Flüchtling später nach wie einem entflogenen Adler Die Stube Hellers wies nun zwei leerstehende Pulte auf und der zuletzt Verlorene ward nicht so rasch wie der vorige vergessen Nur dem Ephorus wäre es lieber gewesen auch den zweiten still und versorgt zu wissen Doch tat Heilner nichts um den Kloster Frieden zu stören Sein Freund wartete und wartete aber es kam nie ein Brief von ihm Er war fort und verschollen Seine Gestalt und seine Flucht wurde allmählich zur Geschichte und schließlich zu Sage Den leidenschaftlichen Knaben nahmen später nach mancherlei weitere Geniestreichen und Verwirrungen das Leid des Lebens in eine strenge Zucht und es ist wenn nicht ein Held so doch ein Mann aus ihm geworden Auf dem zurückgebliebenen Hans ruhte der vollends das wohlvollende Lehrer Einer derselben sagte ihm als er in der Lektion auf mehrere Fragen die Antwort schuldig blieb warum sind sie denn nicht mit ihrem schönen Freund Hainer gegangen Der Ephorus ließ ihn sitzen und sah ihn von der Seite mit verachtungsvollem Mitleid an wie der Pfereser den Zöllner Dieser Giebenrat zählte nicht mehr mit er gehörte zu den Außensätzen Habermus Hainer Stand B Am Hainer 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 Vielen Dank.